Hallo, servus, haupte, rei, nur eine kurze Info, das Video vom letzten Samstag war ein April-Scherz, das geht natürlich weiter mit den Filmen, Lost Plays ab und zu mal in Wanderfilmen und so weiter, zur Abwechslung, also lasst euch nicht verscheißen von mir, immer wieder nach Möglichkeit, am Samstag halb 5 gibt es neues Filmmaterial ab und zu mal zwischendurch was, gell, also nicht beleidigt sein oder so, es macht euch Spaß zum ersten Mal, danke, bis zum nächsten Mal, servus, fährt euch. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.